Kinderinsel! Hey, mein Name ist Marleen Hammerlake und ich bin hier die Leitung der Kinderinsel in der Fachklinik Thomas Morus. Wir gehören zur Caritas Norderney und bieten für Mütter oder Väter stationäre Reha- oder Vorsorgemaßnahmen an. Die Kinder, die zu uns in die Kinderinsel kommen, sind im Alter von 3 bis 12 Jahren. Unsere Arbeit ist sehr bunt. Schaut es euch einfach mal an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt hast du hoffentlich einen besseren Eindruck von unserer Arbeit gewonnen. Vielleicht können wir dich demnächst ja hier mal begrüßen.